Ich stehe hier am Aviation Museum. Und gleich geht es los mit dem 1941er Doppeldecker. Damit möchte ich jetzt einen Rundflug machen. Also ich sitze nur hinten drin. Aber ich bin mal echt gespannt auf das Flugzeug. Denn mit sowas bin ich noch nie geflogen. Das Wetter ist klasse. Also lass uns losfliegen. Das Wetter ist klasse. 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 Normal fliegt sie 737. Das hat sie mir erzählt. Und es war echt unbeschreiblich schön. Also ich würde es sofort wieder machen. Ich bin angefixt. Das Wetter ist klasse. Ich bin angefixt. Das Wetter ist klasse. Das Wetter ist klasse.